Heute ist der 22.11. Die Berry geht immer noch ganz viel bei ihren Welpen durch und knurrt und schimpft. Schmeißt sie auf den Rücken, wenn es sein muss. Jeder kriegt so seine Portion Erziehung. Naja, man muss sich halt zu benehmen lernen. Da geht es wohl jedem gleich. Vielleicht ist sie gerade ganz zufrieden. Okay.